Darf ich vorstellen? Das ist Klaus, unser Mitarbeiter des Monats. Wir sind stolz auf dich, Klaus. Und das ist Bibo, Klaus' neuer bester Freund. Die beiden haben sich bei uns kennengelernt. Klar, wo sonst? Und weil Klaus und Bibo so prima zusammenpassen, verbringen sie echt viel Zeit miteinander. Also richtig viel Zeit. Überall. Okay, ihr beiden. Das geht jetzt vielleicht doch etwas zu weit. Was wir eigentlich sagen wollten, wir suchen mehr Mitarbeiter wie Klaus, die ihren Job mit Leidenschaft lieben. Evo Pro. It's possible.